Eine Duokopfprothese ist eine spezielle Hüftendoprothese, die wir typischerweise bei Schenkelhalsfrakturen einsetzen. Das Besondere ist hier, dass wir die Pfanne nicht ersetzen, sondern dass wir im Grunde einen Kopf über dem anderen Kopf haben und damit eine sehr gute Beweglichkeit der Prothese hinbekommen, auch ohne dass wir die Pfanne selbst ersetzen müssen. Dadurch sparen wir Zeit im OP und auch der Blutverlust ist niedriger und die Prozedur ist damit für den Patienten weniger belastend.